grüner lud hat nicht funktioniert noch mal den stadt wegzulegen und dann wieder auszurüsten und dann habe ich hast du schon das dachte ich auch zuerst ja deswegen habe ich den heilerstab nämlich auch wieder weggetan das nervt sich auf der wirbelwind unterbrochen werden kann bin ich gewöhnt und ja nur ich kann es geben wir werden die fähigkeiten meines feuerstab angezeigt habe aber die streitechse da und klingt vielleicht ein bisschen so als wäre man generell und das nicht in ordnung also mit dem spiel das vorgestern das erste mal rausgeflogen bin seitdem habe ich teilweise wirklich nur probleme hast du spiel mal neu installiert man zwischendurch oder oder die daten auf jeder überprüft über steam das muss ich ja ich muss mal kurz lebensstab ok lasst mal hier an die seite gehen bevor wieder angegriffen werden ich glaube hier ist erst mal hoffentlich hoch ich bin hier hochgelaufen nein der läuft da hinten hoch wir haben noch zwei drohnen auf jeden fall also hier ist eine geile geile skillung während du einen lebensstab hältst erhöht sich die basis gesundheit alle verbündeten in deiner gruppe um zehn prozent den skillet mit der schönes gilt einfach nur halten und nix drücken da steht ihr ist ja nice warte mal ich gehe mal von dir weg um mal zu gucken ob meine lebensanzeige sich verringert ne wie stand es da drinnen in der nähe oder generell in der gruppe in deiner gruppe ah ok warte mal jetzt kommt hier wieder eine nachricht über discord was wie wir wo warum ach man seife vor einer halben stunde schreibt matthias tschüss und der schreibt laut seife nur rein tschüss ich denke jetzt war das ist eine richtige darricht laut fußte 240 meter von uns weggelaufen ja ich bin den thron hinterher gelaufen ich bin gerade angekommen hier müsste ich jetzt nur zwei drohen finden da habe ich auch noch eine quest das wusste ich dachte ich habe gedacht hier hinten hat nur jemand eine grabe ich da habe ich auch noch eine quest die können auch getrost lassen was du jetzt mal die da hinten machen wir lassen machen ja warum nicht blattfuß ist doch jetzt schon da hinten da muss ich doch sowieso da auch wieder glaube ich lieber jetzt zudem laufen wir alle die richtige richtung decker ist bei mir ok wo sind die anderen ich bin bei dir die andere laufen wird in die andere richtung was war jungs beisammen bleiben wir das nicht verstehe habe ich habe doch gerade gesagt dann laufe ich zu blattfußball habe ich auch noch eine quest und dann laufe ich dann zurück dann kommen wir doch lieber gleich mit bevor der level 25 gebiet hatten um kippt weil hier ist alles und wieso zwanziger level falls das noch nicht gemerkt hat ne der data muss nur ein prozent oder so keine ahnung wahrscheinlich hat er hat das erst mal melden da war hat wahrscheinlich sind er mal drüber gerutscht oder so ähnlich zum eiler starb oder was zur tode geheilt ja zur tode geheilt meine lebensenergie ging und tote könnte man ja so erklären die sind wieder auf dem höchsten berg geklettert oder seid ihr unten am strand dieser und stand war okay runter liebe zuschauer ist mit dem stream soweit alles in ordnung lecktes manchmal ist der ton ok schreibt mir mal bitte ob da irgendwas nicht stimmt überhaupt ist alles seine gewohnte exzellente qualität der tat der war gut manchmal betreff ich mich ja selbst siehst du level 23 gebiet hast du ja ahnt habt doch schon ein bisschen probleme hier ich habe ja auch keine skill auf den handschuh deswegen dann lass uns lieber schön gemeinsam jetzt hier rumlaufen noch mal schön leveln er braucht ewig in drei tage die ohne auseinander zu nehmen ich glaube ich muss noch mal aufklicken jetzt habe eine fiole mit weihwasser gefunden ja ich habe dann ihn gefunden war kann ich wieder skill große trufe ganz große trufe der cool wenn ich einen ganz großen trufe was ganz großes drin wäre alles supi schreibt da gläufe und der jaschall ju danke euch wer braucht du doch mal grüne stiefel ich habe schon nicht mehr hier ist noch ein zettel und dafür für die kreis feuer starb das bei mir ist auch noch eine truhe ihr müsst hier runter hüpfen ne ich brauche nur noch eine das passt schon fertig ja das ist trotzdem was treten was zu looten ich wollte gerade sagen ja ich brauchte gar keine und habe es einfach mitgenommen die bei mir ich kann mal runter hüpfen bei mir nice so und du wohin so das war es jetzt hier eigentlich jetzt zum gelben marker oder ähm ja müssen wir mal gucken was das für ein gebiet ist wie heftig das ist ich habe hier noch einen zettel zettel mit erfahrungspunkte noch hier oben drauf hier ist du gräder truhthahn ich wollte gerade sagen wenn ich eigentlich einen truhthahn mit dem feuerstab töte warum kriegen wir nicht gerülltes fleisch raus weiß ich nicht bin ich der koch dann müssen wir mal den koch fragen ich glaube wir müssen ja nicht mal klettern wir können hier geradezu zwischen die felsen den berg hoch laufen und dann oben auf dem gipfel rechts herum damit wir dahin kommen so wie es ausschaut eigentlich ich muss unten sein unten hinterm schiff muss ich hin ach so da laufen wir glaube ich in die falsche richtung weil hier ist alles extrem gebürgisch oder wir müssen einmal rum das ist das grüne ist der strand glaube ich oder das das seichte wasser ist das auf der map die sich diese streifen hier drin ach so ich guck gar nicht auf die map ich gehöre gerade muss quasi das helle den hellen sand lang laufen genau das andere ist wasser da fällt mir ein ich müsste ab und zu mal nach kaninchen gucken zwischendurch wir haben hier übrigens nebenan level 2 fischer grund hier an der brücke dran falls hier jemand mal irgendwie hochwertigere fische sammeln muss später ja 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 gut wenn wir wissen wofür wir die brauchen ja kochen ja kochen wenn ich noch die anderen zutaten dafür habe dann zum kochen geil hier ist die kehle zugehalten hat mhm oh hier ist ordentlich party oh ich kann doch ein bisschen blocken interessant komm mal lando verdammt jetzt jetzt kommt doch hier du feiges auf das ist ein offizier schlagen ja das fände ich ihr landet gepackt glaube ich meinst du ist das level 20 leute hier nicht dass der offizier ein bisschen sehr hart ist 24 war eben gegner ja und du bist welches level 23 ah ok dort schütz viel spaß noch wir müssen aber nicht alle mitnehmen wir müssen einfach noch weiter laufen aber level und so ja stimmt 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 entschuldigung heilung oh danke heilung klingt immer gut kannst du auch krank halten heilen ich war grad krank smarties ja mit smarties kann ich krank heilen ja hier unten rennt auch noch einer rum nennt man auch lsd ne uha aua spinnst du es tut doch weh ruhe unten berserker der hat ein bisschen ouchen hier macht hier hat der der macht das schon mal in die flusskresse naja sidd mach mal du in ruhe der kommt kein schaden durch hier und der ignoriert dich ja gerade passenderweise cool smarties bitte zettel 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 oh der ist aber fies versteckt also ich hieb mit jäger während des spiel hassen glaube ich yippies marties oh meisterschaft rumverfügbar oh hi hoi die geht mal da oben in die hütte da hab ich nen drop gehabt und da sind ruhe noch drin äh ja sobald wir uns wieder bewegen können gerne boah jetzt oh wieso heilt der denn nicht na hier wow papier gefunden sandpapier ist echt schön wenn die heilung nix nix bringt ne mhm ja gott ich bin hier durch man oh meine axe war zu groß ja auch ne truhe ja schulz oh patrone wunden für seifen dort später was leck hast du leck leck geht hier geht wieder ah jutsch nice oh beute komm hier ran steht und wie immer einer von euch im weg verdammt könnt ihr ja nichts für aber es ist irgendwie immer witzig ich will entschlagen und dann stehen immer zwei von euch daneben dass ich nicht durchkomme ah ich krieg schon wieder die vorausküste nicht die plündert hier ist auch ein bisschen lecky oder buggy jetzt ist die nächste hütte da ist wahrscheinlich irgendwas drinnen vielleicht auch ein Schiff noch irgendetwas wenn wir da drauf kommen sollten oh hier ist ein 25er drin Also ich kann verstehen, dass der sauer ist, weil so möchte ich auch nicht geweckt werden. Wow, wieder Tannin. Bitte lasst uns in Zukunft keine Fischerdörfer mal plündern, man kriegt hier nur scheiß Loot. Hey, ich konnte da mal einen treffen. Ich sehe aber nichts mehr. Oh, ich habe sogar einen getötet. Proviantlager. Oh, sehr gut. Proviant ist immer gut. Es ist ein bisschen... Mageres Essen, Zucker, Regenfirma und Kokosnüsse. Ich habe aber einen kurzen Vorrat mit Regenfirma. Okay. Ich habe neunmal Erdbeerkompott bekommen. Yay. Das ist das, was du brauchst, den Kompott. Was ich dir von gegeben habe. Der ist... Nein, Blatt, du bist da falsch. Raus, raus. Warum? Weil ich da nicht hin muss. Hier auf das Schiff muss ich, so wie das aussieht. Oh, nice. Wir überfallen die Piraten. Ich müssen aber rein. Oh, warte mal. Nein, ich muss das... Ich muss das kommentiert töten. Loot. Yes, sonne, loot. Susi, alles gut. Komm her, hier. Komm, komm, hier. Streich die Maschase. Ja, uah. Tut ein bisschen weh, die Alte. Smarties. Was noch, Rona? Was? Oh. Das ist Offizier. Moment. Ach, dann war das hier Captain Hook-Anspielung. Der eine Move hier ist ein bisschen doof. Der macht zwar haufenweise MG-Schaden, aber ich kann mich nicht bewegen dabei. Das ist ein Sattor für ein Herz. Äh, sieht aus wie ein Sattor. Ja, das ist ein Sattor. Level? 100. Äh, tschüss. Hier geht's auch Schiff rauf. Ähm, ja, fertig. Fertig, also Quest, danke. Nochmal gucken, ob wir irgendwie raufkommen. Ja, hier geht's rauf, glaube ich, zum Plündern vielleicht. Irgendwas, falls es geht. Ach, doch nicht. Ah, doch, hier, klettern. Nice. Wie kann man klettern? Guck mal, ob wir irgendwas Schönes finden. Irgendwas, nee, hier nicht. So unten ist auch nichts. Und da würde ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht runtertrauen jetzt, weil ich nicht weiß, ob ich dann wieder rauskomme. Dass wir ein bisschen Kamera-Bug nutzen hier, aber... Wirkt nicht so aus, als wäre eine Truhe. Lohnt sich da runtergegen, oder? Ach, nee, lohnt sich nicht, nee. Wäre eigentlich perfekt gewesen als Versteck für irgendwas schönes. Ja, aber leider nicht. Oh, da habe ich noch Loot liegen lassen. Ja, lass uns nochmal hier oben reingehen, weil da habe ich jetzt noch eine Quest offen. Und das ist vorher die Höhle da oben. Ach so! Ach so! Sekunde, lass mal, wenn es geht, vielleicht erstmal kurz noch zur Seite gehen, ein bisschen Inventar sortieren, weil ich bin fast voll gerade. Wollen wir mal hingehen, wo wir vielleicht uns gut verteidigen können, oder so ähnlich. Dann würde ich jetzt hier hochklettern. Ui, hier war ein blauer Loot. Musketier, Handschuhe. Nutzte einer von euch eine Streit-Axt gerne, immer wieder mal und so? Ja, ich habe Streit-Axt. Ich habe auch eine gute eigentlich. Ich habe Stufe 11 Streit-Axt mit 7 Stärke und 3 Geschicklichkeit und dann nach unten Ermächtigungseifrig-Gedönse. Nee, nee, ich habe Level 20 Axt. Okay. Aber ich habe mir gerade gefunden. Für mich? Das kannst du bestimmt gebrauchen. Weiß ich nicht. Mal gucken, was es ist. Ich bin fast einig. Das geht nicht. Das ist gebunden. Ah, sorry. Ah, scheiße. Direkt gebunden beim Aufheben, oder wie? Ja, ich war davon aus, die blauen Sachen sind dreck gebunden. Ach so? Ja, kacke. Weil das hat einen Sockel. Schade. Ich muss mal kurz in meine Skates gucken. Hier, ganz kurz. Moment. Und ein Sockel hat das Ding. Was hatte ich jetzt hier? Das war auch noch ganz gut. Aber was ist das hier? Liegt eine Ausdauer unter 40%, fügst du 10% mehr Schaden zu. Okay. Plus 3 Ausdauer bei jedem Treffer? Gerne. So, und dann hatte ich hier noch... Hat er den jetzt genommen, oder nicht? Nee. Zurück. Dann hatte ich hier noch Attribute. Ich muss nochmal gucken. Was brauchte ich nochmal für den Rapier? Da brauch ich Geschick und Stärke, ne? Nee, Intelligenz und Geschick. Ach er je. Intelligenz und Geschick. Okay. Gott, meine Intelligenz ist ja noch so down. Uh. Ja, muss ich mal schauen. Oh, du hast Belohnung vergessen. Ähm, das war der hier. Hm. Das... Äh. Dann habe ich ja noch nicht. Nee. Ich erkenne zu mir. Meine, ein bisschen besser. Wissen wir wieder haben? Ich habe das wieder an der Kanone. So, den Scheiß. Decker, bleib mal stehen, bleib mal stehen, Decker. Ich will was gucken jetzt hier. Das gibt's nicht. Wieso heilst du nicht? So, Moment. Nächster Heilstab. Ja. Äh, ich muss mal kurz meine Attributspunkte neu verteilen. Tut mir leid, Jungs. Oh, kein Problem. Das... Das ist lieber Lebenspunkte, ne? Verbrennung klingt immer gut. Das war auch noch ein bisschen Rapier. Nee. Ach, kein Bogen. Das hier hat Bogen. Und Rapier. Und das hier hat auch Rapier. Okay. Ähm. Oh, 510er-Krit. Nee, halt. Aber hier 25 und dann nimmst du den Rest hier rein. So. Jetzt hoffe ich mal, dass ich nochmal deutlich mehr Schaden mache mit meinen jetzigen Waffen. Können wir mal den Kollegen hier vorne testen. Oder Kollegin. Ups. Ich muss nur noch treffen, dann kann ich's testen. Sieht schon, glaube ich, ein bisschen besser aus. Ich bin mir unsicher. Nee. Nicht verwirrt dich. Boah, da nehm ich Hauen. Scheiße. Also mit einem Schlag machst du gefühlt weniger als dich. Ja. Mach ich auch. Aber du greifst halt schneller zu dafür. Ja, aber ich mache jetzt irgendwie weniger schon als vorher. Ich hab jetzt eigentlich so, dass es geht, dass ich speziell auf, äh, die Attributspunkte so verteilt, dass ich eigentlich speziell auf Rapier und Bogen gehe. Aber irgendwie mache ich jetzt weniger schon als vorher, komischerweise. Die Stärke scheint doch einzuziehen, aber steht nicht da. Was musst du denn hier machen? Ich brauch fünf Drohnen hier. Ah ja, okay. Oh, ich brauch Heiler. Ja, die Primärattribute ist ja vom, äh, Rapier-Geschick. Intelligenz und Geschick brauch ich. Ja, und sekundär ist Intelligenz. Ja. Boom. Boom. So, komm, jetzt probier ich's nochmal mit dir hier. Na komm, komm. Ja, sag, bitteschön, geh in den Weg. Sag, komm, komm. Hör doch, der Sack, ich geh aus dem Weg. Waaah! Da war der Steg zu Ende. Hier die Vorsatzruhe am Eingang. Hast du die hier sehen? Am Eingang rechts. Ritten hier. Wie droppt ein blaues Volk? Ich denke mal davon aus, weil ihr hier Stufe 20 seid. Ja, denke ich mir auch. Oh, ich hab keine Hörteleitung. Oh, hinter dir, Decker, Vorsicht. Ja, ich hab hier auch vier Gegner. Ja, ich bin ja bei dir. Ich weiß nicht. Ich bin oben. Ich bin, ich bin fast tot gerade. Decker, Rückzug. Au. Kopfschuss gekriegt. Äh. Jungs, wir brauchen mal Hilfe. Dringend. Mann am Boden. Zweimal am Boden. Zwei Lotion am Boden. Kommen. Ich kann nicht halten, aber man ist auch ein anderer. Ich hab ein Fremde aufgehoben. Sehr freundlich. Oh, cool. Spuddies. Wallman von unserer Fraktion. Immerhin. So, Mostert. Marodeure müssen zusammenhalten. Eine Truhe muss ich hier noch finden. Dann laufe mit. Dann warte und laufe dann alleine los. Deswegen bin ich hinterher gekommen. Der läuft wieder alleine los. Plattfuss. Bitte. Ja, scheiß wieder. Warum kriegen Sie mit der Treppe hin? Und wann, ja, vielleicht. Ja, sagt dein Freund bitte, dass er mir bitte Tipps geben soll, wie man hier richtig laufen kann. Vielleicht bin ich zu nüchtern für diese Station, nur scheint mir die Piratenstation zu sein. Dann nimmt man doch jetzt einen Laden auf mit den ganzen Kanonen hier. Mit dem Piraten bucht. Ich hab geraten. Ich hab jetzt alle. Sehr schön. Boah, Alter. Also, definitiv als Damage-Dealer, glaube ich, bin ich für den Alleingang jetzt überhaupt nicht gut geeignet. Dass ich eher immer so von der Seite zu steche, glaube ich. Du musst es auch überlegen. Du bist, was bist du, 16? Ja, leider bist du 16 grad, naja. Aber ich fand halt, vorher mit dem Schild konnte ich mich besser verteidigen, sodass ich halt auch zu Not wenigstens einfach stehen konnte und den Gäner beschäftigen konnte, während ihr die Down gemacht habt. Wer hat man hier? Ist doch echt schwierig, dieses Skills zu managen von ihm. Weil der eine ist, dieses MG-Ding, wo er fünf Schläge macht, wo jeder Schlag immer 100% Stärke mehr bekommt, bleibt mein Char dabei komplett stehen. Ich kann mich nicht bewegen damit. Ich kann mich nur drehen. Na, der macht das in eine Richtung von Fieber. Ich finde die Tasten blöd. QR und F. Das wiederum geht, einzig finde ich. Ich finde, das geht einzig. Äh, dann lass uns doch einfach mal einen Vorschlag machen, äh, hier rausgehen. Ja? Ich muss noch Wasser sammeln, Momente. Ne, ich hab den Plan. Wir können doch gerne mal zur Stadt zurück, weil mein Inventar ist so ziemlich voll. Ich mache einen Marker. Shit, ich habe auch nur noch zwei, zwei Kisten muss ich hier noch machen. Wieso habe ich die nicht bekommen? Oh, okay. Ach, nee. Nee, die sind weiter oben. Hier, bei dem Shit bist du nicht. Ah, fuck. Ich muss noch auf den Markisten. Hier, bei der Fahrer. Wo bist du denn? Ich wurde erschossen. Ich dachte, ich bin clever und blocke. Auf einmal drückte sie sich und drückte ab. Okay, das klang verkehrt. Das klappt, ich bin schwer, danke. Ich stand vor der Tür und höre auch, wenn man nur noch peng und Robin fliegt. Sag mal, kann es sein, dass Damage-Dieter nicht bedeutet, dass ich Schaden auszeile, sondern einstecke? Na, eigentlich solltest du es auszeilen. Ich glaube, du hast es falsch verstanden dabei. Seid ihr euch sicher, weil ich glaube, die KI ist eine andere Meinung. Hier oben auf den Box brauche ich noch zwei Kisten, sehe ich. Okay. Was ich auch richtig hab. Okay, da hättest du noch eine. So, komplett neu. Neuer Versuch hier. Geht an mich einfach, geht an mich vorbei? Will er mich verarschen? Bitte ignorier mich wieder, du tust mir weh. Ne, also ich bin ehrlich, ich glaube, mit einem Rapier werde ich doch nicht so glücklich. Aber ich finde ich den Piratengegnen wird am geilsten. Ich sag mal so, du musst halt es ein bisschen am besten austesten. Ja, also ich fand eigentlich mit Einhand und Schwert habe ich mich besser gefühlt, auch wenn ich nicht so viel Schaden auszeile als Damage-Diener. Aber ich konnte wenigstens lange noch überleben. Ja, dann bist du halt, sag ich mal, in dem Moment nie Unterstützungs-Tank. Ja, ein Support-Tank sozusagen. Kleiner Allrounder. Ja. Oh, da in der Höhle hat jemand richtig viel Spaß gegen vier Gegner gleichzeitig. Wollen wir da helfen gehen? Oh, schießt auch noch einer. Ich mag das. Okay, ich glaube, bis wir da ankommen, ist ja schon tot. Ich mag das, bis wir da sind, ist der Tod. Oh. Ich habe ein Teil davon, ist geschossen. Liegt was? Ja. Weiter. Da war ein grüner Loot. Hm, also ich weiß nicht, wer hier gewesen sein soll, aber er ist weg. Liegt auch noch was? Nee. Äh, hier liegt etwas. Also, äh, etwas, was sich gleich bewegen wird. Wow, Mann, ich komme mal auf die G-Taste, verdammt. Lol, er hat mich kein jetziges Mal getroffen. Er zieht doch noch schlechter als du. Oh, 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 oh. Alter! Was war das jetzt? Jetzt balt's? Er hat die Kontaktlinsen wieder verloren. Danke fürs Aushelfen. Macht der Berserker irgendwie so ein Rundum-Schaden oder sowas in dem Dreh? So ein Permaschaden? Die haben den ganzen Strand hier reingepullt. Wobei dem Gegner stand eben drauf, der wär brutal. Aber der wird gut reingehauen haben. Warte, wie vermächlich wegetan. Ich war irgendwie drei Treffer und schon tot. Ese Köder gekriegt. Äh, Tito. Das zählt dann, dass man eine Erneuerung. Okay. Vorratslager. Du wirst mich raten. Schüss, wie backest du ne? Äh, ne, ein Rundschild und ein Lehmstab. Ein grünerer, aber Level 1, grad mal ja. Ich glaub nicht, dass ich eine Anahme stelle. Ah, scheiße, ich bin überladen, Leute. Ja, dann leg mal was weg, weil der Dicke kommt gleich wieder. Also ich hätte dann auch noch ein Schild für dich, Robin. Äh, ja, aber ich hab grad mehrere Schilder weggelegt, weil ich bin komplett überladen. Ich muss jetzt definitiv in die Stadt. Ich muss definitiv in die Stadt. Ja, ich probier mich noch ein bisschen mit dem, äh, Rapier. Vielleicht ist es bloß ne absolute Ungewöhnungsfrage. Und wenn ich erstmal noch ein bisschen mehr Skates drauf mache, passive und aktive, dann geht's wahrscheinlich noch besser. Ich bin trunken mit kümmerter, verkümmerter Essenz. Achso, sind wir jetzt so weit wegen Zurücklaufen oder nicht? Weil ich kann schon wieder losstimmen. Wir sind zur, ah, okay. Ich wusste jetzt nicht, ob jetzt noch irgendjemand und was hat. Alles klar, ich laufe hier lang und direkt hinter mir spawnen die Gegner. Ich wundere mich die ganze Zeit, wo ihr bleibt. Ich laufe jetzt einfach hinter euch, so. Dann krieg ich da auch Heilung. Ich bin da auch wieder ein Held, weil ich hätte mir hier erstmal so einen Spawnpunkt setzen können. Stepp. Hätte er hilfreich sein können, vielleicht. Ich denke da muss er aber nicht dran. So, geht mal wieder auf Bögen. Muss ich auch mal wieder scan. Außerdem noch zwei Hasen erledigen auf dem Heimweg, wenn's geht. Ja, hier oben ist er, ne? Moment, ich sammle kurz was. Da ist schon ein Hasen. Da wäre er auf der Map oben. Achso, mein Dank, du siehst den schon direkt irgendwo vor dir. Ah, komm mal da. Ja, da ist er. Auf dem Radar siehst du. Jetzt nicht mehr. Aber ich sammle den jetzt nicht auf, wie gesagt, ich bin echt überladen. Also ich würde jetzt, ich würde jetzt übrigens querfett einen in die Stabmaschinen wollen. Links ist noch ein Hase. Links ist noch ein Hase. Links ist irgendwo noch ein Hase, ja. Ah, hallo Hase. Tschüss Hase. Mission erfüllt. Ah, nicht einsammeln, Robin, du bist wohl da an. So, wenn ich dann in der Stadt bin, soll ich mir einen Brunnen und sammle das Wasser noch auf, dann habe ich wieder fünf Missionen durch. Du kannst auch daneben in den Fluss gehen. Mit der Brunnen kannst du komikerweise nur einmal. Leute. Wir könnten auch das Gasthaus nutzen, dann bräuchten wir nicht laufen, ne? Äh, ja, stimmt. Ja, bitte einmal. Hätte ich mal einer, der mitdenkt. Danke. Da hilft was neben der Stadt. Lol, super. Äh, nee, ne? Leute. Komm, ich bin doch was da. Jetzt. Die Stadt wurde von Syndikater, Robert. Nein. Wo steht das denn? Oder? Was ist hier 100... Gebietseinflus 100%? Und das Bündnis greift uns sofort an. Jetzt meldet sich das Bündnis. Wollen die mich verarschen? Warum gehen die nicht Syndikat, ey? Also, bei mir steht hier beherrscht von Genesis. Von unserer Fraktion. Hä? Was wurde mir da gerade angezeigt? Ach, wenn ihr... Ah, genau. Nee, wenn ihr runter... Runterscourt Gebiets, einfluss 100% in der Stadt jeweils. Wir haben aber rechts oben, sehe ich gerade. Da haben sie die... Ich glaube, die untere Küste noch eingenommen. Äh, ja, beide Küsten. Wir sind zum Arsch hier. Wir sind zum Arsch. Wir schaffen das hier definitiv nicht. Ich... Wir sind zum Arsch.